Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 10. Januar 2021. Oh my god. Der Pandabel-Radiergummi erfreut sich bei Kindern derzeit großer Beliebtheit. Dieser ungewöhnliche Radiergummi, der in Form von Pandabel daherkommt, wird schlicht und ergreifend Pandabel-Radiergummi genannt. Es gibt eine Reihe von Ausführungen, die Pandabel in verschiedenen Bosen zeigen. Insgesamt 250. Es wird zwar als Radiergummi bezeichnet, aber unser Nachrichtenteam fand heraus, dass es bei Bleistift-Magierungen versagt. Radiergummi-Liebhaber handeln mit limitierten Versionen des Produkts und es geht das Gerücht um, dass die Pandabel-Dinker-Kurse für über 100 Euro den Besitzer wechselt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Jetzt habt ihr mein Interesse geweckt. Ich muss jemandem davon berichten. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Selamut. Der 10. Januar war das Sendedatum dieser Mail-Nachricht. Ich bin Selamut.